Musik Willkommen an der Rezeption des Krankenhauses. Womit fangen wir an? Führe den Patienten in die richtige Etage. Dies ist die Radiologie-Etage. Wähle ein Büro. Bringe den Patienten in das richtige Zimmer. Scanne den Körper des Patienten. Es gibt einige seltsame Gegenstände im Magen. Entferne sie. Verschiebe die essbaren Gegenstände in den Korb und alle anderen in den Mülleimer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Verschiebe die 2e. Fange die Pillen der richtigen Farbe. Fange die eingelte Fange die Bewege die Pillen in die Packung. Willkommen an der Rezeption des Krankenhauses. Womit fangen wir an? Patientin gesucht. Führe den Patienten in die richtige Etage. Hallo, wie könnte ich dir helfen? Gebe etwas Wasser in die Schüssel. Füge Öl hinzu. Füge etwas Salz hinzu. Füge Kräuter hinzu. Füge Geschmack hinzu. trage etwas Salbe auf. Lege ein Handtuch auf das Bein des Patienten. Füge Öl hinzu. Füge Kräuter hinzu. Füge einige Kräuter hinzu. Füge etwas Lösungsmittel hinzu. Füge Öl hinzu. Gieße diese Flüssigkeit in das Glas. Verschließe ein Glas mit einem Deckel. Bringe einen Aufkleber an. Räume das Zimmer. Sammle allen Müll. Poliere die Wände. Wische den Boden. Füge Öl hinzu. Räume das Zimmer. Gut, erledigt. Gut, erledigt.